So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt erstmal eine Rücke als Unterstand gefunden. Auch recht cool. Haufen Graffitis. Ja, fängt natürlich wieder an mit Regnen und dadurch, dass ich noch durchgenässt bin von gestern, habe ich nicht so wirklich Lust drauf, jetzt nochmal nass zu werden. Weil ich halt auch dieselbe Strecke zurückfahre wie gestern. Und ich weiß, dass da nicht viele Unterstände kommen. Naja, mal schauen. Es ist übrigens auch sehr windig. Ich glaube, ich muss mir unbedingt, ich brauche definitiv eine Kamera. Das mit dem Handy ist echt beschissen. Ja, mal schauen. 120 Kilometer, wie gesagt, will ich heute machen nach Horner. Ich hoffe, ich schaffe es relativ schnell. Weil es halt auch vor Apple Dorm ist. Apple Borm ist ein Naturschutzgebiet und da geht es halt ganz Zeit berg hoch. Und ja, das wird nochmal anstrengend. Ja, erstmal weiß ich nicht, wann ich jetzt sagen soll. Ich bin erstmal komplett out of order. Vom Kopf her. Ich will halt auch gerne Content liefern für euch, aber es wird halt auch nichts. Meine Powerbank ist leer. Mein Akku vom Handy auch irgendwie 70 Prozent, glaube ich. Ich hoffe, das reicht bis heute. Vielleicht kommt nochmal die Sonne raus oder ich finde einen Laden, wo ich mal laden kann. Ich habe natürlich auch den Stecker zum Laden für die Steckdose vergessen. Und somit nur USB. Also muss ich irgendwo einen Weg finden, wo ich dann auch dementsprechend einen Stecker bekomme zum USB reinstecken. Ja, auf Instagram kann ich halt auch nichts hochladen, weil ich nur eine Prepaid-Karte habe und die natürlich leer ist. Beziehungsweise das Datenvolumen ist aufgebraucht und das heißt, wenn ich da ein Video oder sowas hochladen würde, wird es gefühlt eine Ewigkeit dauern. Naja, ihr seid erstmal auf dem neuesten Stand und alles weitere kommt dann bei Time.